Ich habe gedacht, wie willst du jetzt ein Thema machen? Sind die alle müde am Schlafen und der eine ist bestimmt die Nacht gefahren und so. Aber ich habe schon gesagt, wir reden über Mohammed, über den Propheten Mohammed. Dann habe ich gesagt, wenn man ihn liebt, dann wird man sofort wach werden. Wie über Mohammed? Allahu Akbar. Die ganze Müdigkeit ist weg, ist alles weg. Weißt du warum? Weil es hat immer mit Liebe zu tun. Und wenn man liebt, das ist so, das nimmt hier die ganze Arbeit weg. Das ist genauso in Bezug auf uns Menschen. Wenn du heute verheiratet bist und deine Frau ist den ganzen Tag mit den Kindern am Arbeiten, die spült und wäscht und macht und tut und du kommst nach Hause, und du kommst rein mit einem schönen Lächeln und eine schöne, vielleicht Geste und schöne Worte, du hast ihr diese ganze Last weggenommen. Subhanallah. 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 Und ich hoffe, dass wir heute in dieser Sitzung etwas darüber erfahren können, wer ist Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und natürlich, diese Aufgabe, über Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam zu sprechen, ist sehr, sehr kompliziert und schwierig. Sie hat mit Ehrfurcht auch zu tun, weil es gerade auch in Bezug auf Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam gibt es sehr viele Übertreibungen auch. Sachen, die über Mohammed, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam niemals überliefert worden sind und niemals ehrlich und wahrhaftig und authentisch sein können. Deshalb, ich möchte heute, wenn ich über Mohammed, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam spreche, erst mal über den Koran sprechen. Das heißt, wer Mohammed, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam wirklich kennenlernen möchte, wahrhaftig und authentisch, er soll im Koran schauen. Allah, sallallahu alaihi wa 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 sallahu alaihi wa sallahu alaihi wa sallahu alai Als Allah subhanahu wa ta'ala. Warum die Ummah heute? Natürlich, egal wie wir uns gespalten haben, jeder steht hinter Mohammed s.a.w. Und jeder behauptet, dass er Mohammed liebt und dass er hinter Mohammed s.a.w. ist. Doch viele haben sich gespalten, was die Tauhid, was diese Angelegenheit angeht. Und letztendlich auch in der Bedeutung der Liebe zu Mohammed s.a.w. gehen die Meinungen auseinander. Morgen, inshallah, das Thema, die wahre Liebe. Dann werden wir über Allah s.a.w. sprechen und über die Liebe zu Mohammed s.a.w. Was bedeutet das wirklich, Mohammed s.a.w. zu lieben? Und dann wirst du selber einen Maßstab nehmen und gucken, liebe ich wirklich? Oder war das die ganze Zeit, ich habe geglaubt, dass ich ihn liebe? Subhanallah. Die Liebe zu Mohammed s.a.w. hat Allah s.a.w. vorgeschrieben und hat sie beschrieben ganz genau. Dann kannst du es direkt daran messen, wie Ibn Kathir, rahmahullah s.a.w. gesagt hat. So. Allah s.a.w. sagt über Mohammed s.a.w. Allah s.a.w. sagt, ihr hattet, das ist die genauere Übersetzung, wenn man sagt, ihr habt, nein, ihr hattet in euren Kufeten, s.a.w. ein schönes Vorbild für denjenigen, wie man kann, für denjenigen, der zu Allah will, Allah beabsichtigt, und er Allah sehr viel gedenkt. Das heißt, in der Ibadah, wenn du deine Ibadah intensivieren möchtest, und du möchtest das genießen, auf eine Art und Weise, wie die Sahaba es genossen haben, und letztlich, wie Mohammed Allah gedient hat, nimm den Propheten, Mohammed s.a.w. als Vorbild, in Bezug auf seinen Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Allah s.a.w. lobt Mohammed s.a.w. im Koran. Er sagte, in Bezug auf seinen Verstand, und das ist eine Antwort, auf die diese Aussagen, die sagen, Mohammed war, und er hatte epileptische Anfälle, und der, ich arfe, ich, und der Koran. Also, subhanallah, wenn du Mohammed s.a.w. schon vor dem Islam betrachtest, es war eine vollkommene Persönlichkeit. Die Kuffar streiten sich, wegen dem schwarzen Stein, Mohammed richtet, s.a.w. unter ihnen. Würde man als Richter, jemand als Richter nehmen, der in deren Augen krank und Verstand Probleme hat? Niemals, s.a.w. lobt. Allah s.a.w. spricht über Mohammed s.a.w. und sagt, nicht in die Irre geht euer Gefährte. Dann sagt Allah s.a.w. lobt, was seine Ehrlichkeit angeht, Er spricht nicht aus Begehrde, er spricht nicht aus Lust heraus, wie vielleicht der eine oder andere unter uns macht. Mohammed s.a.w. tut das niemals. Wenn er sauer ist, dann ist er sauer wegen Allah. Und was die Dunja angeht, würde er sich niemals aufregen. Warum? Weil es Dunja ist. Seine Frau sitzt da, da kommen Gäste, sie ist am Kochen, es dauert zu lange, plötzlich eine andere Frau, Safiya schickt ein Essen, der Junge klopft an der Tür, ach, Essen ist gekommen von einer anderen Frau. Sie wird eifersüchtig, nimmt den Teller und haut ihn auf den Boden. Mohammed s.a.w. lacht darüber. Warum? Dunja. Dunja. Stehst du? Das ist Mohammed in seinem Charakter. Er ist in seinem Handeln. Und wir haben gestern über die Istiqama gesprochen. Istiqama in seinen Aussagen. Wahrhaftig. Istiqama in seinem Handeln. Ja. Und Istiqama in Bezug auf seinen Zustand gegenüber Allah s.a.w. Viele von uns, wenn du seinen Zustand heute betrachtest, auch mit seinem Bart, dann machst du so ein Fragezeichen. Allahu Akbar. Wer bist du? Dieses Handeln, das was du machst, wo bist du? Wer bist du? In Bezug auf Mohammed. Sie haben nur ihn gesehen. Sie haben an ihn geglaubt. S.a.w. So wahrhaftig war er in seinem Handeln. Und Allah s.a.w. lobte ihn in Bezug auf seinen Umgang mit den Menschen. Der hat gesagt, wärst du grob und hartherzig, würden alle vor dir weglaufen. Und das ist eine Sache, die wir brauchen, gerade in der Dauer zu Allah s.a.w. Ein Bruder ruft an. Seine Eltern haben ihn Druck, 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 dein Bart und die Polizei wird kommen und in der Schule und deine Karriere ist in Gefahr. Ist nach Hause gegangen, hat geweint, hat gesagt, weißt du was, nimmt, schick, 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 hat er Bart abrasiert. Geht raus, sein Freund wartet auf ihm auf dem Auto. Der hat ihn so fertig gemacht, dass die Nachbarn aus dem Balkon rausgekommen sind. Du machst eine Sünde öffentlich. Musst du F'diha machen? Sind die in die Moschee gefahren? Er geht in die Moschee rein, achi, 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 komm, guckt mal, was der Bruder gemacht hat. Der Bruder ruft mich an und sagt, der hat mich bloßgestellt vor allen Menschen. Ich habe gesagt, Mohammed würde das niemals machen, s.a.w. und dann habe ich dem Bruder erklärt, dass das nicht unbedingt eine gute Tat war, aber ohne mit dem Hammer auf ihn einzuschlagen. Wenn wir so wären, wie Mohammed, s.a.w., wirst du merken, wie viele Leute sich um uns versammeln würden und nicht vor uns weglaufen würden. Viele denken, ja, ich bin ein Sünder, aber ich bin besser als mein Bruder. Deshalb darf ich ihn auch fertig machen. Mohammed, s.a.w. war niemals so. War niemals so, sogar im Gebet. Ihr wisst ja, manche Sahaba sind gereist, sind zurückgekommen. Hadith Sahih Muslim. Ein Sahabe ist zurückgekommen aus der Reise. Damals haben sie miteinander gesprochen während des Gebets. Jemand kommt rein, Assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Die reden miteinander während des Gebets. Irgendwann wurde es verboten zu reden. dieser Sahabe steht in der Reihe, ist am Beten, einer, Abcid, hat er genießt. Ja, alhamdulillah. Ja, alhamdulillah. Sie haben auf ihre Oberschenkel geschlagen und der Mann redet weiter. Was wollen sie? Warum gucken sie mich so an? Wer redet weiter im Gebet? Stell dir das mal vor. Und der eine guckt ihn so von der Seite, böse. Nach dem Gebet fertig, Rasul salam hat ihn gerufen. Sagt er, du bist im Gebet und im Gebet gibt es nur Zikr und Tasbih. Das, was die Leute sprechen, nicht im Gebet. Sagt er bei Allah, ich kenne keinen besseren Lehrer als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er hat nicht über mich gelacht und er hat nicht über mich gespottet und er hat mich nicht angeschrien und nicht geschlagen. Aber er hat es mir auf eine schöne Art und Weise erklärt, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Subhanallah. Denke auch darüber nach. Wenn jemand kommt und du siehst etwas von ihm, denke ich, der hat keine Ahnung. Verstehst du? Und nimmt den Weg, den Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eingenommen hat in Bezug auf das Lehren sallallahu alaihi wa sallam. Bil mu'minin ra'ufu rahim. Zu den Mu'minin ist der sehr milde sallallahu alaihi wa sallam. Er hat ihm, was sein Wissen angeht, gelobt subhanahu wa ta'ala und hat ihn in Bezug auf seinen Lehrer. Weißt du, wer der Lehrer von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war? Jibril alaihi wa sallam. Der allermächtigste Engel unter den Geschöpfen überhaupt. Weißt du, dass er mit einer Feder von seinen Federn eine ganze Stadt hochgehoben hat? Mit einer Feder. Subhanallah. Und er lobte ihn in seinem Charakter sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagt er, Allah sallallahu alaihi wa sallam, und wahrlich, du besitzt gute Charaktereigenschaften, die wir leider nicht haben, auch nicht nachahmen. Guck, warum, warum, warum bin ich nicht wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Ich bin diesem Mann begegnet in Ägypten und ich bin jetzt in den Tagen, mehrere Tage war ich bei ihm. Subhanallah, dieser Mann hat eine Geduld, die habe ich noch bei keinem Menschen gesehen. Und dadurch lernen wir. Wir lernen von den Leuten, die von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelernt haben. Weil, das ist die Wahrhaftigkeit. Du sagst, Muhammad hat gesagt, und ich liebe Muhammad, aber was hast du von ihm mitgenommen? Wo sehen wir das? Dein Bart? Okay. Viele tragen Bart. Auch Motorradfahrer tragen Bart. Ich war letztens am Hauptbahnhof in Uppertal bei uns. Von Weiten, ja mit meiner Brille so, von Weiten sehe ich einen Kerl, so ein Bart. Er hatte sein Kippe gedreht. Ja? Kippe gedreht. Und die Hose gekürzt. Bis hier. Ich bin, mashaAllah, was für ein Moslem. Der kommt von Weiten. Er kommt näher, nimmt Kippe, dann sehe ich die Flasche in seiner Hand, Bier. Okay. Erstmal korrigieren die Augen. Das war sein Kippe, der hat ihn gedreht und so ein Bart hat er und noch sogar die Hose gekürzt. Ich habe gedacht, wo sind wir hier? Stehe so? Es geht nicht um den Bart und es geht nicht um die gekürzte Hose. Es geht um deinen Choloch. Es geht um deinen Charakter. Dein Charakter. Wie bist du unter der Gemeinde? Wie bist du als Ehemann? Wie bist du als Bruder? Wie bist du? All das, das zählt. Und der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, die Besten unter euch, die den besten Charakter haben, das sind diejenigen, die am Ende der Tage bei mir, in meiner Sitzung, mitsitzen dürfen. Mitsitzen dürfen. Subhanallah. So, Allah verteidigt seinen Propheten, damit du die Stellung von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kennst. Die Propheten werden geschickt zu ihren Völkern. Sie beleidigen sie. Sagen, ihr seid Lügner, ihr seid Zauberer, ihr seid das. Sie, sie verteidigen sich. Musa Alaihi Wasallam muss sich selber verteidigen. Nuh Alaihi Wasallam Ya Kaum Mabih Safa Sie sagen, du bist blöd, du bist das und er verteidigt sich selber. Aber in Bezug auf Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sie beleidigen ihn, sie bekämpfen ihn und Allah ist derjenige, der ihn verteidigt. Er antwortet den Kuffaren und Muschrikien. Sallallahu Alaihi Wasallam Da mit du kannst very, very, scht.